Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HAURUNTERTV Diesmal mal wieder mit Kyosi und Günther und mit diesem Drucker hier sehen wir das Folge mal wo wir das Folge mal die Scheibe getestet hatten wie die dann auch so aussieht und jetzt wollen wir was anderes testen wie es hier oben zum Beispiel aussieht wenn man da mit einer Schere z.B. mit einer Schere drauf gibt Ok, das kommt schon Da ist der Kratzer schon Aber Kratzer machen den Drucker ja nicht kaputt Ok, tiefe Kratzer sind das jetzt hier Ja, da tut man richtig was rauskratzen Also Kratzer machen den Drucker nicht kaputt Ja, nach 2 Jahren Garantie ist ja nämlich automatisch kaputt also das braucht man nicht zu machen Lieber zurückgeben, wenn eine Garantie fast vorbei ist Ja, Schraubenzieher ist das gleiche Wenn man mit einem Stein drauf fällt, das testen wir jetzt mal von hier oben Ok, die scheinen noch eine Ich lasse mal auf das Display hier Na, bleibt der wohl hier Wartet Ruhig bleiben Uh, doch, es ist gesprungen Zwar jetzt nicht hier außen Also es ist innen Es ist gesprungen, ja Innen das Display ist gesprungen Ja Also das, was das richtige Display ist Das ist noch mal eine Scheibe davor Keine Ahnung Ka Hm Hm Könnt ihr mal anstecken und ran machen? Ne, Hanni hat noch keine Gabel Ne Also so sieht das Ganze jetzt erstmal aus Und jetzt, warte Ich hole, halt mal das iPad Ich hole jetzt noch von außen Das iPad Ja Neues Hauschen Ja 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 Die Tür aufgekriegt Ja Ich hole jetzt noch einen größeren Stein als diesen da Ne Hier Und Ja Also wie gesagt Der Drucker Da sind jetzt schon ein paar Teile raus Hier drinne Also hier Hier sind jetzt natürlich schon ein paar Teile raus Wartet So hier sah der vorher aus Hier Wartet Wo er frisch gesprungen war Und Ja Ja Könnt ihr ja an das andere Video reingucken Ja Da seht ihr das nochmal genauer, warte Das ist der Stein, den ich gerade geholt habe Immer Ja Warte Tauschen iPad gegen Stein Da ist es wieder ein Das muss ich auch nicht machen Das ist immer eins Okay, also den lassen wir jetzt erstmal drauf fallen Tür zu Uua, das ging ans Bein Na ja, egal Warte Oh, schnell die Tür zu Okay Ich kann jetzt gleich mal drüber latschen Ey, ist doch mal, ja Warte Warte mal Willst du mal das Eifert? Warte, mach ich gerne nochmal. Willst du mal das Eifert? Display. Warte. Lass mich das mal machen. Ich bin schwerer. Wenn du zugenommen hast. Wenn du durch bist. Will drucken. Also so ein Drucker ist leider sehr stabil. Das würde wahrscheinlich auch danach sein, wenn man da drauf springt. Ah ja. So sieht es dann noch aus. Kann man nicht. Schlecht. Also hier ist noch diese... Scheiß Drucker war drohen. Drohen sollte die Gewalt einladen. Ja. Raus kriegen. Also jetzt machen wir jetzt mal mit Gewalt. Ja. 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 Ja.